PP-O-Raya Dieser Deckenventilator wiegt etwa 6,9 kg. Er ist mit der Gleichstromtechnik ausgerüstet und verfügt über drei Flügel. Die Flügel und das Gehäuse sind in weiß gestaltet und wirken edel. Der Durchmesser der Flügel beträgt 122 cm. Daher ist das Modell für Räume von maximal 20 m² geeignet. Ausgestattet ist es mit fünf Geschwindigkeitsstufen. Positiv ist, dass die Stromaufnahme selbst auf der höchsten Stufe bei lediglich 27 Watt liegt. Auf der niedrigsten Stufe weist das Gerät eine Stromaufnahme von nur 4 Watt auf. Die Drehzahl variiert zwischen 70, 110, 150, 190 und 225 Umdrehungen pro Minute. Des Weiteren handelt es sich um einen Deckenventilator mit LED-Beleuchtung. Das Leuchtmittel weist bis zu 2200 Lumen und eine Stromaufnahme von 22 Watt auf. Die Lebensdauer beträgt etwa 10.000 Stunden. Zusätzlich ist das Licht dimmbar. Außerdem bietet das Leuchtmittel drei Lichtfarben. Sie können sich zwischen Kaltweiß, Warmweiß und Tageslichtweiß entscheiden. Im Lieferumfang befindet sich eine Infrarot-Fernbedienung. Darüber bedienst du die fünf Windstufen, schaltest die Lampe ein bzw. aus, dimmst das Licht, wählst die Lichtfarbe aus und steuerst die Laufrichtung. von Kaltweiß Das Leuchtmittel weist Das Leuchtmittel weist Das Leuchtmittel weism und Titelmeld weist Bis zum nächsten Mal.